wieso habe ich das gefühl dass wenn die ist ein wenig eilig hat ich fand sich aber mehr geht ja auch nicht ja dabei ist hier nur 80 erlaubt ich dachte du hättest die spvu schäm dich aber ein bisschen langsamer jetzt mal natürlich wieder was gefunden ihr nehmt euch da alle nüscht warum bummeln wir ja leute ich muss euch jetzt mal eilig sagen ihr müsst euch schon ein bisschen eilig werden ja verstehe ich jetzt das problem nicht ehrlich gesagt das war das war nicht schlecht jetzt mal mit der mitte 80 im moment fahr ich nicht mal 70 irgendwas ist hier kaputt das kann aber nicht an mir liegen nick und ich wir machen wieder dass das am besten können ja ich bin jetzt hoffentlich jetzt jetzt darf nur kein geländer kommen mal hier hochschalten was macht jetzt alle autofahrer hassen mich gerade richtig wo der einer ja ja der ist recht langsam unterwegs alfred und dieter bei der auslieferung jetzt darf aber auch nichts passieren so habe ich mal am arsch hängen wie du siehst jetzt rüber hast du ein ganz großes problem nicht nur er sondern wir alle haben wir alle auf der auslieferung und die motor fehlfunktion da hast du wieder kaputt gemacht na klar jetzt wo ich jetzt wo ich ihn fast fertig geholt hat gibt der gas ja was stimmt mit dir nicht aber gut das timing nick in dem moment wo du sagst darf nichts passieren weil du mir so am arsch hängst geht der motor aus ja mega dann ordne ich mich halt da hinten wieder dahinter wieder ein dauerhaftes elefanten rennen hier ich mache windschatten fahren auch schön spritsparend also ich habe definitiv keine chance irgendwas zu tun was ich bin hier was ist das denn drückt er mich in die leitplanke rein du wirst mich nur auf dem die windschatten vertreiben ich hasse es mit der motor viel funktion am werk ist auch richtig gut wie die nach links ab am fahr anfahren am berg mit motor viel funktion ja aber schön kreisverkehr hat mir lange nicht mehr kommt er denn plötzlich ja wenn wir irgendwo in der werkstatt haben können wir die marken die werkstatt umfahren ich weiß nicht wo hier nur eine ob hier nur wo eine kommt das griechenland keine mehr haben alles schon zu aber wir haben ja hier eine garage zum beispiel aber die bringt ihr nichts das wäre eigentlich auch noch gut wenn man an garagen die einem selbst gehören auch reparieren könnte ja das wäre klasse ja was machen die denn da ich bin ganz knapp hinter dir ja habe ich gemerkt ja hier philip steht in der gegend rum er ist aber um die grobe rumgeflogen eben gerade teleportiert sich die ki noch mal durch die gegend er hat sich hat sich bei mir auch gerade netz rechts der hafen ist es nicht mich angeschaut oder freut er sich das war noch durch grün ich habe nicht einmal gesagt auch nicht an und gesehen ja also wenn ich da jetzt so in die eise gegangen werden die mir alle reihenweise hinten drauf gerauscht doch mal mit schwung ja genau du wärst nämlich die erste gewesen aber eigentlich wäre das schön gewesen ja meist hätte ich mal machen sollen ja eigentlich schon nächstes mal nicht nicht mal muss ich mir merken ja ich brauche material ja heute ist aber stehe palermo nehmen doch palermo ja wo wir hin wir wollten nach griechenland dann ist eigentlich neapel kürzer ja also ab noch neapel motor fehlfunktion augen schafft imperator super imperator rex griequorum so ich wieder vorfahren ja wir sind noch nicht ich bin noch nicht am übersetzen ach so hier steht noch irgendwas dickes blaues vor mir jetzt nicht mehr wo willst du dich denn hinstellen nach hier ja ich würde mich jetzt eigentlich rechts rein stellen muss wenn du mal weiter fährst kann ich mich direkt dran stellen das herbe der herbe der herbe der herbe der herbe der herbe der 14 stunden dauert das herr schiff rückwärts oder wie muss jemand von euch tanken ja ja habe ich schon markiert jetzt war ich schon mal zur tankstelle vor weil ich sag gleich vor uns dann musst du aber anders fahren noch ne weil wir fahren zur werkstatt weil mario braucht ja reparatur ja ja dann haben wir es doch die werkstatt ist da oben ne ja ich habe mich schon markiert 993 kilometer aber das geht ja und wir haben nochmal fähre dazwischen trottel ich fahr mal zur werkstatt ja bin auch links ab dann machen wir das doch mal gerade gefragt hier ist auch haben kann man auch fracht holen so wie es aussieht ja hafen gelände bin ich ganz neu ist was ist warm warte in der sonne jetzt war ob das ist aber eine schöne ausfahrt hier so ja 32 grad haben wir ja das war ein bisschen knapp da ja die ist eng die ausfahrt nicht breiter ich bin hier mit dem container terminal ja was ja und wo fährt hier zu glauben ja ich glaube gerade gehört formel 1 das klang echt komisch irgendwie kreisverkehr zweiter ausfahrt nehmen doch ringer kann man die kreisverkehr doch toll ich putze die leiche irgendwo neben mir oder hinter mir wieso ja willst du ach so die blitzen dich immer wieder wenn es zu schnell fährst ja ich glaube heute aber zum ersten mal fahren ja eigentlich nicht so schnell hat er euch hier lang geschickt nein ach so ich weiß wenn ich wo hier eine werkstatt sagen soll ich habe noch keine auf der karte nicht schon drückt einfach mal die straße kam hinter der wand sehr überraschend ich dachte wir müssen hinter das tor fahren oder so ach da geht es rein what the fuck alter was ist das denn hier vor allem sie ist hier auch nicht fahren nach gefühl oder wie war das ja jetzt knallt noch ein meter das sowieso ist rechts ab wie gehen nach rechts ab das ist eine kleine gasse da rein der braucht ja so eine kleine gasse in ich finde es schön dass wir noch ein bisschen abenteuer machen ja wie ich noch links ab dann kommen wir hier vor wie bei einer stadt rallye rechts links links rechts zu den pick-up ok ja bist du für ein vollidiot lässt mich erst fahren dann doch nicht